Wo genau ist die Hausstrecke? Mega Frage! Johannes 3, 3, 0, 4. Wo genau ist die Hausstrecke? Ich werde es euch jetzt erklären, aber ich bitte euch um etwas. Bitte fahrt da jetzt nicht hin wie die Geistesgestörten. Wartet da auch nicht auf mich, ich wohne da auch nicht. Und bitte macht da vor allen Dingen keinen Lärm und haltet euch verdammt nochmal an die Geschwindigkeitsbegrenzung innerorts und außerorts. Innerorts gilt für mich dort 40, weil es einfach zu gefährlich ist, schnell Auto zu fahren. Und außerorts gilt 100 oder 101 oder 102 vielleicht. Also, die Hausstrecke befindet sich...